Herzlich Willkommen zur Tübinger Telefonandacht am 24. Mai 2023. Schön, dass Sie da sind. Ich habe Angst, sagte neulich eine Frau zu mir. Ich habe Angst vor der Diagnose des Arztes. Ich habe Angst um unsere Ehe, vertraut einer seinem Bruder an. Ich habe Angst, dass meine Kräfte immer weniger werden und ich nicht mehr allein in der Wohnung bleiben kann, gesteht eine ältere Dame ihrer Nachbarin. Wovor haben Sie Angst? Angst gehört zu unserem Leben. Unsere Sprache verrät das. Angst überfällt uns, beschleicht uns, hält uns wach. Aus Angst trauen wir uns nicht. Angst lähmt. Uns wird Angst und Bange. Wir machen uns vor Angst in die Hose. Wir sind starr vor Angst, zittern vor Angst, lassen uns Angst einjagen, kommen vor Angst fast um. Ja, Angst ist ein Gefühl, das wir immer wieder verspüren. Angst hat auch David. Er ist auf der Flucht vor seinem Verfolger Saul und hat sich in einer Höhle versteckt. In seiner Angst wendet sich David an Gott und betet, schreit und fleht. Wenn mein Geist in Ängsten ist, so kennst du doch meinen Pfad. Dieses Gebet ist in Psalm 142 überliefert und der Vers 4 ist die heutige Tageslosung. Wenn mein Geist in Ängsten ist, so kennst du doch meinen Pfad. Davids Angst, sein Schreien geht nicht ins Leere, sondern zu Gott. David weiß, an wen er sich in seiner großen Angst wenden kann. An Gott. Er weiß, dass er Gott nicht gleichgültig ist. Dass Gott sich seiner Ängste und Sorgen annimmt. Das hat viel mit Vertrauen und Mut zu tun. Mit dem Vertrauen, dass Gott es gut mit mir meint und mir auch in meinen schwächsten und ängstlichsten Momenten zur Seite steht. Es tut gut, meine Fragen stellen zu dürfen und Gott meine Angst entgegen zu schreien. Gott an meiner Seite. Das garantiert mir nicht, dass alles gut ausgehen wird. Aber es gibt mir die Sicherheit, nicht alleine zu sein. Ich darf spüren, Gott bleibt bei mir. Das lässt mich mutig werden, mich in meinen Ängsten zu stellen. An diesem Gott will ich festhalten, weil er mich nicht loslässt. Ich will wie David vertrauensvoll beten, auch und gerade wenn mir Angst und Bange ist. Du, Gott, kennst meine Wege. Reich mir deine Hand, damit ich meinen Weg gehen und mein Leben gestalten kann. Zeig mir meinen Weg, der jetzt gerade so wirr und verschlungen vor mir liegt. Ich weiß, Gott, du hast noch etwas mit mir vor. Ich will mich von dir überraschen lassen und will ablegen, was mir Angst macht. Ich weiß, dass du ein gutes Ziel für mich hast. Dieses Vertrauen und diesen Mut wünscht Ihnen Ihre Pfarrerin Julia Kling aus Blitzhausen. Ich weiß, Gott, du hast noch etwas mit mir gedacht. Ich weiß, Gott, du hast noch etwas mit mir gedacht. Vielen Dank.